Die Verfassung ist die rechtliche Grundordnung unseres Staates, der Bauplan unseres Gemeinwesens. Die Demokratie, die verleiht uns eine Stimme. Jede und jeder von uns hat eine Stimme, die gleich viel wert ist, die uns gleicher macht und ebenbürtiger. Und die Demokratie bedeutet damit also Freiheit. Und es ist die Kunst, die den öffentlichen Diskurs fördert. Sie bereichert ihn, sie setzt ihn fort. Und es ist der Rechtsstaat, der die Garantie für diese für uns alle so wichtige Freiheit der Kunst gibt. Sie regelt, wer die Gesetze beschließt. Sie regelt, wer die Regierung kontrolliert. Und sie regelt vor allem, welche Rechte die Menschen, die in unserem Land leben, haben und wie sie diese Rechte einklagen können. Sie regelt, wer die Regierung kontrolliert.